Jetzt willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, heute wieder mit dem Trundus, ach Quatsch, mit dem Flasmo, aber ist okay, ja, und auch ich sage hallo. So, jetzt sind wir gerade auf dem Weg nach Hause und ich habe gerade eine Idee und ob die wird so was schönes wird, weiß ich noch nicht. Wenn du eine Idee hast. Crossing Bench dabei? Nope. Doch. Doch, vorgezahlt. Soll ich es setzen? Ja. Ehm... Da-da-da-da-da... Da-da... Und immer? Und immer? Und immer? Und immer? Ja. Workbench auf Abaun. Ja, genau. Meinst du wir finden so wieder nach Hause? Moment mal. Äh. LOL. Was denn? LOL. Ihr habt ja auch ein Boot gebaut. Wie komm ich hier? Nee, nee, nee. Ich hab nicht gewusst, dass du da jetzt mit drin kannst. Okay. Auch nicht schlecht. Ich hoffe, es wird bald wieder hell, damit wir schnell nach Hause finden. Bist du sicher, dass wir in die richtige Richtung? Bis jetzt noch ja. Ja, wir sind bei 90. 100. 120. 140. Gleich 100. Drück mal R5 oder so bei dir, dass du mal siehst, wie das aussieht. Geil. Awesome. 200. Geht ja recht zügig eigentlich. Ja, und jetzt ist das Problem, was war die Z-Achse? Oh mein Gott. 280 weiß ich's. Oh, wir müssen uns jetzt hier durchkämpfen. Wir kämpfen uns hier durch. Schiff, Schiff drücken. F5, F5. Moment, ich rette dich. Die Spinnen sind übel geil aus. Eh, eh, eh. So, F3. Komm, 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 komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Vorsicht, Zombie-Spinne bei dir. Ey, ich war jetzt die Spinne grad wirklich bei dir, Alter. Ich war jetzt das. War hier grad ne Hexe? Da ist ne Hexe, fuck it. Los, da lauf, 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 lauf. Ich hab übel Angst vor die Viecher, ne? Lauf, lauf, komm, komm hier hinterher. Siehst du mich noch? Ja, ich bin hinter dir. Los. Ich kann bloß nicht mehr sprinten. Da kommt ein Hund. Oh, ich hoffe, wir laufen in die richtige Richtung. Oh, ich glaub, ich hab mich dennoch... Wo bist du? Was machst du da? Ja, bist du da? Ach so, erst mal rein, damit wir... Bau, 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 bau zu, bau zu, bau zu, wenn du kannst. Auch von oben. Hi, na? Schön kuschelig hier, wa? So, hab ich überhaupt noch was zu essen dabei? Gar nicht. Doch, ich hab noch einen goldenen Apfel. Will's haben? Ich kann dir ein Steak geben. Walto. Wie viele Steaks hast du? Fünf Steaks. Nee, es. Danke. Und jetzt lass mich was. Komm her, du Fick, ey. Komm her, du Fick, ey. Nee, doch nicht. Wir laufen weiter. Wollte grad sagen, wäre besser, wenn wir... Oh. Wut... Ah! Da ist sie. Ist das ein Element? Ja. Weg, weg, weg. Ecke tot. Nein. Und ich auch gleich. Nein. Nein. Das gibt es nicht. Also gibt es nicht. Bist du noch da? Ja. Oh, haben wir uns ja die Rechte gerne? Nee, nee, Spaß. So. Äh, zwei, zwei, sieben. Höhe ist die 85. Und... Ich werde mich wieder belegen. ...drei, eins, zwei, ja. Gehst du alleine? Komm mit. Findest du das wieder? Ich hab mir das aufgeschrieben. Was muss gucken? Ich würde sagen, wir fliegen da hin, aber das scheiße. Nein. Ich will nicht fliegen, ich will laufen. Wenn nicht, du... Na gut, ist... Nee, ist doof, wenn du jetzt alleine gehst. Na, wenn du jetzt hier bleibst. Nee, warte mal, warte, warte, warte. Dann gehen wir schnell schlafen. Dann lass uns schnell schlafen gehen. Oh, ich hab gesagt, lass uns früher nach Hause gehen, aber... Gut. No risk, no fun. Woher willst du auch wissen, dass da ein Scheiß-Animern auf einmal kommt? Zumal ich hab dir nicht angeguckt, ich hab den aus Versehen geschlagen und dadurch ist aggressiv geworden. Hab mir über die Koordinaten aufgeschrieben. So, jetzt lass die... Jetzt lass die ganzen... Sorry, ich sie brennen, wir hauen ab. Hey, ich raste raus, Alter. Hey, beruhig, beruhig, beruhig. Ja, Zeit. Wenn wir das wiederfinden, wo wir gerade gestorben sind, dann gibt's ein Special ohne Witz. Also, wenn, lass ich mir irgendwas einfallen. Dann mach ich in Minecraft zwölf Stunden Livestream. Hast du mich noch? Ja. Gut, hier ist die Kiste. Wir kommen die ganze Sache schon ein bisschen näher. Weißt du, wie weit wir gelaufen sind, Alter? Kann man nicht irgendwie... T-slash-back... Nein. To-dead oder so? To-dead? Vorsicht, da ist ein Loch. Das ist alles kein Bucket-Seller. Und das wäre auch doof. Was, hast du die Koordinaten aufgeschrieben oder? Nee. Und das sieht recht gut aus. Warum? Wenn wir fast da sind. Und jetzt, lass die jetzt bloß nicht... Also, wenn wir da sind und die spawnen, dann ist es einfach so, weil die Jungs nicht geladen haben. Also, das heißt, dass wir dann zu weit davon entfernt sind. Aber eigentlich müssten die da noch liegen. Bis auf eine gewisse Zeit. Und wir müssen uns von der 300.000.000 entfernen. Sind Wölfe. Oh, Nies. So viele Wölfe. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Ich weiß bloß nicht, wo du runtergefallen bist. Das ist mein Hauptproblem gerade eigentlich. In der ganzen Sache. Ich kann jetzt nicht mehr sprinten. So. Die X-Achse stimmt fast. Ah, war das jetzt da oben? Warte. Nee, nee, nee. War da ein bisschen nach da? 312, 312, 312, 312. Papp, 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 papp. Hast du mich noch? Ja. So. 312 höher. Muss da hinten gewesen sein. Was war das? 227. 227. Sie haben uns hochgebaut. Was? Kann das sein? Ha, ha. Gefunden? Ja, meins ja. Und irgendwo bin ich hier doch runtergefallen. Richtig? Bist du auch bei mir? Bist du auch bei mir? Ja. Gut. Hier. Guck mal, hier, 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 hier. Es kann sein. Oh, Alter. So, Arne. 12 Stunden Livestream. Wann kommt der von dir? Ich guck zu. Ich hab nur die Hälfte. Wie, wie, wie voll ist dein Inventar? Fast voll, komplett. Fast voll? Fast voll, ja. Ich hab noch ein, zwei. Rüstung, Helm, Stiefel, Stiefel, Beinschutz. Ey, wir waren fast zu Hause. Du musst dir das jetzt mal überlegen. Prost. Wir haben jetzt wieder alles gefunden. Stiefel. So, ich bin Rüstung komplett. Hast du noch Überrüstung? Äh, ich hab noch einmal Stiefel über. Und das war's auch. Okay, also, also, es ist jetzt einiges Wechsel von mir, das ist egal. Ich kann nur mal gucken, ob hier noch irgendwo eine Nähe was ist. Ich guck, ich guck jetzt auch gerade hier komplett ringsherum. Ich bin noch eher, aber, sieht mager aus. Sieht richtig gut. Ey, ich hab aber wenigstens einen Scheiß-Sattel. Ja? Was ist, hast du Eisen? Hm, fünf. Eisenerz und 59 Eisenbahn. Alter! Wenn ich das nächste Mal schlage ich dich. So, wo bist du? Ich hab dich nach Eisen gefragt, weil du sagst, mir was zu wenig. Oh, doch, schade. Ja, ich krieg ja Schaden. Wovon? Weil ich kein Essen mehr habe. Ja, dann komm her zu mir, Kopf 5 Fleisch. Eckball, ich stehe hier oben auf den großen Kacken. Ja, warte mal, ich nimm jetzt mal ein paar Kürbis mit, ob wir noch ein bisschen mehr was in der Farm anbauen können. Geil. Geil, geil, geil. Moin. Ah, das gibt einen 2 Stunden Livestream, Alter. Wir sind beide gestorben. Vor allem Anime und haben beide unsere Sachen wiedergemacht. Du wirst ihn selber machen, du wirst ihn selber machen. Wieso baust du denn noch hier? Willst du sterben wieder? Nein. Dann bau dich wieder runter. Wollte nur, damit du mich siehst. Also zum Beispiel, ich habe jetzt noch 26 Eisenerz. Ich habe die beiden Sattelhaft. Ja, das war eigentlich das Wichtigste. Das Wichtigste war eigentlich das Eisenscheiß auf dem Sattel. Habe ich mir so ehrlich gedacht. So, wo wirst du? Da. Na Hause? Wegbringen? Ja, gib mir erstmal Essen hier. Achso. Dann werde ich erstmal hier kurz wieder umrüsten. Das. Ich muss auch erstmal freden. So. Fackeln habe ich leider keine mehr im Inventar. Hast du noch welche? Stimmt, wa? Warte, ich gucke mal wie viel. Ja, 39. So. Ja. 280, 280. Wollen wir erstmal nach. Ich habe dich schon sofort verloren. Da baut einer ab. Da. Ups. Boah, alter, hier hochkommen, ne? Ich muss jetzt mal überlegen, wir sind hier langgelaufen. Ja. Und 280. Ich glaube, ich schon wieder... Ah, bleib doch mal bei mir, Mann. Ja. So, ich weiß jetzt nur 280. Den Rest muss man gleich so sehr gut zusammen sammeln, ne? Hm. Direkt die Kürbis abbauen? Ja. Womit am besten? Das ist nichts zu wissen. 108, 280, 280. Äh. Oh. Da. Was war die Y-Koordinatische? Scheiße. Ich weiß er nicht. Was mir noch... Oh. West-Nurston-280. Ja, die Z-Koordinate, Schande, Schande. Ich hätte mal vorhin gucken sollen, ne? Egal. Das finden wir auch noch. Das werden wir auch noch finden. Minus, genau. Minus, Minus, Minus. Wir müssen 280 unter dem Minus-Bereich kommen. Hast du eigentlich noch ein Boot? Ach, ne. Hast du eigentlich noch ein Boot? Ach, ne. Doch. Hast du dein Boot gefunden? Warte. Ja. Gut. Dann, ähm. Komm mit. Au. 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 Au, au. So. Boot einmal hier bitte reinpacken. Willst du? Oder soll ich schippern? Ne, ich fahr. Muss nur sagen, wo lang? Ja, deswegen ja. Ähm. Ja. Bis jetzt erst mal richtig. Wir müssen erst mal einen Minus-Bereich finden. Komm. Und dann sehen wir weiter. Hallo. Hä, lol. Ich fahr... Hä? Soll ich fahren? Soll ich fahren? Soll ich fahren? Ja, geht schon. Wir sind noch nicht im Minus-Bereich. Das sieht aber schon fast so bald richtig aus. Hm. Ach, hier vorne kommen wir aber nicht weiter. Oder? Wir müssen ab da und wieder laufen. Das ist egal. Ah, doch. Wir kommen dann im Plus-Bereich. Das geht nicht. So, lass hier aussteigen. Von hier aus laufen wir wieder. Nimm ich da Brot wieder mit, ja. Weiß hier. Ah, das bleibt endlich mal heil. Der weiß noch damals, wo wir uns irgendwo gegen gefahren sind? Ja, dann ist das schon immer kaputt gegangen, ne? Gut, meine Freunde. Wie geht weitergeht, ob wir nach Hause finden und ob wir jemals wieder nach Hause finden werden. Seht ihr hoffentlich in der nächsten Folge. Wir sagen erst mal ciao und auf Wiedersehen. Tschü tschü. Toodaloo. Toodaloo.